Srila Bhaktivinod Thakur, Autor des Vajan-Darpana-Kommentars Sri Satchitananda Bhaktivinod Thakur, ein weiterer der transzentalen Gefährten Sri Gaurangas, rief in der Moderne den fast ausgetrockneten Fluss reiner Gottesliebe zurück ins Leben. In einer Zeit, die geprägt ist von Hedonismus und blindem Vertrauen in materielles Wissen. Sein Kommentar zum Mana Shiksha gründet in tiefsinnigen, rationalen Wahrheiten, offenbart dabei aber zugleich erhabene spirituelle Gefühle. Srila Bhaktivinod Thakur erklärt die einzelnen Verse auf ihre praktische Anwendung in Rakanuga Bhakti, dem Pfad spontaner Hingabe. Mit Zitaten aus Sri Bhakti Ras Amrita Sindhu, Ujvala Nilamani, Stavamala, Stavavali und anderen Schriften der Goswamis zeigt er Suchenden den Weg und erklärt die Methodik und die wichtigsten Praktiken des spontanen Pfads. Für diesen Beitrag steht die Gemeinschaft der Vaishnavas tief in seiner Schuld. Srila Bhaktivinod Thakur ist ein enger vertrauter Chaitanya Mahababhus des Avatars mit der Stimmung Srimati Radharanis und großen Retter einer tief gesunkenen Menschheit. Als solcher ist die Mission des Herrn auch die seine, ist die geheimen Wünsche Mahababhus zu erfüllen, für ihn oberstes Gebot. Also widmete er sich dem Predigen. Zeit seines Lebens lehrte er spontane Hingabe und propagierte das Chenten, den Lobpreis der heiligen Gottesnamen. Srila Bhaktivinod Thakur erschien am 2. September 1838 in einer Familie von anerkannten Gelehrten in Virangara, im Gebiet von Sri Navadvip Dam in Westbengalen und er verschiet am 23. Juni 1914 in Kalkutta. Zu seinem Lebenswerk zählen etwa 100 Bücher über Bhakti in Sanskrit, Bengali, Hindi, Englisch, Oriya und anderen Sprachen. Auch aus diesem Grund verlieh man ihm den Titel Simta Goswami und pries ihn als den Restaurator der Bhakti in der Neuzeit. Srila Bhakti Nod Thakur enthüllte Sri Mahababhus Erscheinungsort. Außerdem wurde er Vater eines leuchtenden Sterns am Bhakti-Himmel, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Überdies schuf er durch vielbeachtete Abhandlungen und durch den Aufbau von Bhakti-Gemeinschaften in Städten und Dörfern Indiens die Grundlage für eine weltweite Verbreitung von Mahababhus Lehre. Seine geniale Weitsicht offenbart sich heute. In allen Ecken der Welt erklingen Krishnas heilige Namen und selbst in entlegenen Ländern findet man prachtvolle Tempel. Mein eigener verehrter Gurudeva Sri Srimad Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, Gründer der Sri Gaudia Vedanta Gesellschaft und der Tempel und ihrer Zuständigkeits, ist der Schutzpatron der Nachfolge Mahababhus. Neben Büchern, die er persönlich schrieb, veröffentlichte er Neuauflagen der Bücher Bhakti-Nurth Thakurs und anderer Acharyas in bengalische Sprache. Und seine Entschlossenheit, Inspiration und Gnade ist es zuzuschreiben, dass heute zahlreiche Titel in allen Sprachen der Welt erscheinen. Außerdem gilt mein Dank dem Direktor und geistigen Führer der Sri Gaudia Vedanta Gesellschaft und engen Getreuen unseres Gurudevas, meinem ehrenwerten Gottbruder Parivraj Acharia Sri Bhaktivedanta Vamana Maharaja. Er ist eine verwirklichte Seele und ich bitte ihn demütig, dieses kostbare Buch Sri Mana Shiksha in die Hände unseres Meisters zu legen und dessen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. Es ist meine Überzeugung, dass jeder, dem es mit Bhakti, vor allem mit Raganuga Bhakti ernst ist, dieses Buch wertschätzen, ja lieben wird. Wer Sri Mana Shiksha mit Vertrauen und Glauben studiert, wird Sri Chaitanamahapabus Weg der Liebe begehen können. Möge mein geliebter Meister, der die Güte und Gnade des Herrn verkörpert, üppige Schauer dieser Barmherzigkeit auf uns niedergehen lassen. Möge uns befähigen, jeden seiner Wünsche zu erfüllen. Das ist unser sehnsüchtiges Gebet zu seinen Lotusfüßen, die in göttlicher Liebe strahlen. In Hoffnung auf ein Staubkorn Barmherzigkeit, demütig und unbedeutend, Pridhandi Bhikshu Sri Bhaktivedanta Narayana Rassimha Chaturthasi 2. Mai 1996